hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge meines mikrocontroller kurses heute soll es doch einmal um das bitweise löschen und um den shift operator gehen das geht um die aufgabe vom letzten mal die ich heute lösen möchte dort sollte ja das entsprechende port bit gelöscht werden ruft den emulator mal direkt auf und wir gucken uns das noch mal an also was wir gemacht haben am letzten mal wir haben uns die funktion eingabe soweit vorbereitet dass der gesamtbetrag ausgegeben wird und aber wir hatten noch das problem ich kompiliere das mal eben wir hatten das problem dass letztendlich das port noch nicht zurückgesetzt wird also gucken uns das noch mal an ich starte das programm gebe zum beispiel einen cent ein und drückt auf return und ich bekomme die meldung der gesamtbetrag beträgt 1 cent aber dieses port mit wird noch nicht zurückgesetzt das muss ich manuell machen wer für noch mal 10 cent ein und der gesamtbetrag beträgt 11 cent aber dieses port bit wird noch nicht zurückgesetzt und das soll nun zurückgesetzt werden und zwar haben wir nur die information in welchem schacht denn eine münze eingeworfen wurde gut gucken wir uns das noch mal an also wir haben die information beispielsweise dass in dem letzten schacht eine münze eingeworfen wurde da steht also eine 1 und die informationen in den anderen schichten die haben wir nicht weil die einzelnen mit möchten wir auch gar nicht löschen weil es könnte ja sein dass gleichzeitig oder sehr zeitnah noch eine andere münze eingeworfen wurde das heißt wir möchten nur dieses eine mit hier auf der rechten seite löschen und das machten wir dadurch indem wir unsere unseren port hier verunden mit dieser dieser reihenfolge hier also alles ist 1 nur hier habe ich eine null und dann bekomme ich auch dass die das ergebnis dass letztendlich diese ersten bits erhalten bleiben nur dieses letzte bit in diesem fall wird gelöscht als beispiel wenn wir beispielsweise dort die münze eingeworfen haben dass seine zwei euro münze das war eine 50 cent münze und diese 1 cent münze und in so in unserem programm haben wir nun die 1 cent münze bearbeitet dann möchten wir letztendlich dass nur dieses eine bit gelöscht wird und hier 1 und 0 ergibt auch null und wenn man sich die anderen bits mal anschaut dann sieht man 1 und 1 ergibt 1 0 und 1 ergibt 0 1 und 1 ergibt 1 0 und 1 ergibt 0 und so weiter das heißt diese oberen bits bleiben erhalten nur dieses letzte bit wird wie gewünscht gelöscht gut wir haben die information dass letztendlich an dieser stelle eine münze eingeworfen wurde wir müssen uns aber diese bit folge noch selbst bauen und das können wir folgendermaßen machen wir haben hier diese einsen und wenn hier eine 0 steht dann bedeutet das bedeutet das unsere schachtnummer ist die nummer 0 und wenn dieses bit auf 0 gesetzt ist also in diesem fall dann wäre die schachtnummer gleich 1 also abhängig von der schachtnummer müssen wir letztendlich in dieser in dieser bit folge das entsprechende bit auf 0 setzen und können das anschließend mit unserem port verunten das machen wir folgendermaßen wir müssen uns zunächst einmal eine maske bauen und zwar können wir zurück wir möchten diese maske bauen wir möchten an dieser stelle eine 0 haben und wir können das so machen indem wir sagen wir nehmen alles 1 nur an dieser stelle hier ziehen wir eine 1 ab und bekommen dann letztendlich hier eine 0 das heißt das ist hier hexadezimal 0 x f f also alles ist gleich 1 und das ist unsere unsere zahl die wir von diesem 0 x f f also von den einzelnen hier abziehen müssen um dort an dieser stelle auch an 0 zu erhalten diese zweite zeile die wir von der ersten zeile abziehen die können wir nur können generieren weil wir unseren unsere schachtnummer kennen das heißt wenn unsere schachtnummer 0 ist dann haben wir hier eine 1 und hier in diesem fall haben wir unsere schachtnummer 1 das heißt wir haben letztendlich diese stelle hier als 1 gesetzt und diese zahl die können wir generieren indem wir hingehen und sagen wir nehmen eine 1 diese aus alles 0 nur ganz hinten ist eine 1 und schieben die letztendlich diese 1 um eine stelle nach links also wenn die schachtnummer gleich 1 ist müssten wir um eine stelle nach links verschieben wenn die schachtnummer 0 wäre dann würde die 1 an dieser stelle verbleiben und wenn die schachtnummer beispielsweise 5 wäre dann würden wir diese 1 um um fünf stellen 1 2 3 4 5 nach links verschieben das heißt mit dieser operation indem wir eine 1 um die anzahl der stellenanzahl die in der schachtnummer angegeben ist nach links verschieben bekommen wir letztendlich diese zahl die wir von den von der ersten zeile abziehen können das machen wir folgendermaßen im programm wir können das port bit löschen indem wir erstmal sagen okay wir nehmen die 1 und schieben die um die anzahl der schachtnummer nach links das sieht dann entsprechend so aus dann müssen wir die erste zeile also alles 1 minus dieser nun generierten zeile berechnen das heißt wir nehmen ein hexadezimal 0 x f f das bedeutet ja alles 1 minus das was wir eben generiert haben und bekommen dann entsprechend das was wir hier haben möchten nur an der stelle die wir zurücksetzen möchten eine 0 und die können wir dann schon direkt mit unserem port verknüpfen das heißt wir können dann hingehen und können sagen okay unser neuer port stand soll gleich der alte port stand sein und eben genau das was wir eben berechnet haben ja und das kann man auch kürzer machen wie wir in einem der vorherigen videos gesehen haben das kann man auch schreiben als p1 und gleich und dann das was wir hier berechnet haben ich gehe mal direkt in den emulator dann können wir das mal ausprobieren und zwar erst mal den compiler und dann müssten wir diese zeile entsprechend hier einfügen so das heißt wir haben gesagt das ist p1 und gleich und dann p1 0 x f f f 0 x f f minus 1 minus nein auch nicht minus sondern da möchte mir schieben und zwar wir möchten um die zahl schieben die in der variablen nummer angegeben ist so das kompiliere ich jetzt einmal Scheint soweit zu funktionieren lade das mal auf den emulator und starte das ganze programm Gebe mal 1 cent ein und der gesamtbetrag ist 1 cent und oben wurde auch dieses entsprechende bit Zurück gesetzt das ganze mache ich mal mit 1 2 5 10 cent Ich werfe also ein 10 cent stück ein Er berechnet 11 cent und setzt auch das mit zurück das funktioniert also soweit Okay, gehen wir noch mal zurück und Schauen uns noch mal eine noch einfache möglichkeit an und man könnte dieses programm auch Programmieren in dem man einfach hingeht und sagt ich nehme diese zahl Die ich ja durch dieses verschieben Durch shiften meiner 1 erhalten habe und invertiere nun jedes bit einzeln bit weises invertieren Dann hätte ich im prinzip genau das was ich haben möchte Um mal beizu investieren also um jedes bit einzeln umzusetzen Nutze ich das tilde zeichen das tilde zeichen Findet man auf der tastatur Neben dem plus zeichen und damit alt gr Kann man die taste aktivieren und dieses tilde zeichen sorgt also dafür dass jedes mit einzeln Invertiert wird schauen wir uns das direkt mal an also anstatt diese Geschiftete 1 von 0xff abzuziehen können wir auch einfach jedes bit invertieren Und ich kompiliere das ganze mal Und schieb das ganze mal auf den emulator Ja dann probieren wir das ganze mal aus ich starte das programm Und gebe mein 1 cent stück ein So Und das macht er und ich gebe ein 10 cent stück ein Und wenn ich zwei verschiedene stücke eingebe dann werden die einzeln bearbeitet Nach und nach